Hallo, ich freue mich ganz besonders, dass du dich für das Thema psychische Fitness interessierst. Wenn wir mit dem Thema der psychischen Fitness arbeiten und hier diese Analyse einsetzen, dann bekommen wir schon Resultate in der Prävention. Das heißt, das bedeutet, wir können den Menschen auch die Kompetenzen vermitteln, die sie dann brauchen, um die psychische Fitness frühzeitig zu trainieren und die mentale Stärke im Prinzip zu erreichen, die sie möchten, die sie brauchen, um im Alltag glücklich zu sein. Ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen, gemeinsam mit mir diesen Weg zu gehen. Wir haben ein Team von Psychologen auch im Background, die dann diese Betreuung übernehmen und melde dich doch einfach zum Psychologen an und alles weitere erkläre ich dir dann.